Willkommen zu einer weiteren Runde Call of Duty Modern Warfare Remastered Herrschaft auf Vacant und wir werden hier auf jeden fall ins spiel reingesackt wie es aussieht aber zumindest auf der Gewinnerseite das war schon mal nice so jetzt wollen wir uns erst mal auf ihr in das match hier rein finden aber aber das ist relativ einfach weil wir auf der Gewinnerseite sind das heißt wir haben schon ein paar positive perks draußen und sterben hier ich sag mal madadam weil das das englische worte für ist aber egal so wir nehmen mal hier schön weh mit ein und der spielmacher hab dich sehr gut das ist noch ein oder? na das ist meiner warte halt ok der war schon down da ist einer da ist einer hier wird keiner rum erst mal im einfinden hier das ist ja eine action das ist ja unloblich ok zeigt euch zeigt euch jungs hab dich gerettet jung wir haben radar das ist gut das eine ich dachte schon gerade luftschlag aber geil wo haben wir den immer hin ich würde mal sagen da ok das war über die halle da hat man meistens nicht so viel glück weiter gehts wo treiben die sich noch mal bei c sind die alle ne machen wir da mal eine grenade rein oh geil doppelknit wow heiße kartoffel was wie was wo was kommt schon komm raus junge da steht ja die ganze zeit an der säule seht ihr das oh jetzt sind ein paar mehr jetzt kommt ja auf jeden fall einer malzer nicht ein nicht ein scheiße das ist peinlich hab dich hab dich hab dich so ah verdammt zählt das jetzt noch für die sohn der luftung das wäre ja blöd da sieht man nochmal sehr schön wie ich ihnen so die zehn nägel abschieße da sagt man einfach auch zusammen das ist einfach schmerzhaft ok ich hoffe jetzt mein ach ich kann auch den luftangriff kann ich noch machen kann mal geil dann machen wir das doch mal schön auf helikopter geil so helikopter von uns ist schon in der luft das heißt unseren können wir jetzt erst später holen und versuchen wir uns mal ein bern zu pirschen fünf mal in einem spiel den gleichen typen alter ist voll bitter das ist ja voll bitter kommt da okay das noch draußen hab dich komm schon nein nein weg 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 oh Gott sei Dank hab dich so die kommen doch gleich alle von A hier rein oder ah fuck ja laufe meine granate ok so jetzt kommt mein helik mal sehen was der so weiß oh nein wer die granate wird der stirbt ah doppel kill ok dann will ich mich mal nicht beschweren so wir gucken mal dass wir A kriegen wo der heli räumt da auch ordentlich ihr habt das gefällt mir sehr gut oh granate scheiße aber ich hab auch eingetroffen meine 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 da haben wir gehört ok wo kann man sie jetzt da ist einer da ist einer komm Junge hab dich nicht doch ich hab ihn grad so wie siehts von den punkten her oh das ist aber sehr eindeutig 107 nein bitte 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 oh wenigstens gehe ich durch so ein Duell auch mal als Sieger hervor das ist schon mal sehr gut hab dich halt destruction einfach nur destruction ja der sniper hat mich dazu sehr weg da bin ich mal ein bisschen vorsichtig ach scheiße hat mich lieber weg oh my god ich hab gar keine munition mehr nicht irgendwo eine waffe rum und dringende waffe da habe ich doch bestimmt aber was naja man wollte ich mein magazin bei eh leer geschossen da kann man da schon mal verschmerzen so das spiel nähert sich dem ende oh oh gibt es in den arsch geschossen habt ihr das gesehen oh man jetzt komme ich hier nicht rüber nein nein ah da man das relativ schnell down auch hier im normalen modus muss ich schon sagen dann hat er nicht gut geworfen komm rein jungen was hab ich gar keine tiefenwirkungen an? ach nicht aber der muss doch eigentlich durch so einen tisch durchschießen oder? komisch 181 zu 116 das sieht wie eine eindeutige sache aus wir haben auch immer schöne killstreak in der luft das ist gut und auch fuck gut geworfen die granate ich muss schon sagen wieder ein heli für uns das spiel ist gleich zu ende ich kann jetzt schon mal ein fazit geben war auf jeden fall eine geile runde muss ich sagen ich glaube die sets ist auch gar nicht so schlecht wir haben gewonnen und ja letztendlich eine einfach gute runde so macht das doch spaß oder? ok das war's vielen dank fürs zuschauen leute bis zum nächsten mal haut rein tschau 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 bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.